Warte, hier ist einer vor mir. Hat der überhaupt eine Waffe? Rennt gerade einer auf die Zelte zu? Aber der hat anscheinend keine Waffe in der Hand oder eine Pistole. Hat auch der eine Pistole in der Hand, der rennt langsam. Ich geh mal hin und rede mit dem gleich. Mal gucken, ob der mich killt. Hast du gutes, Gier? Ja, ziemlich gutes. Dann bin ich gespannt. Ja. Hello. Ihr solltet mich eigentlich nicht hören in Tales, weil ich bin dann gemütet. Hello. Yo, dude. Can you put down your weapon? Oh, warte, ich sehe schon wieder einen. Der kommt aus dem selben Wald wieder. Die kommen immer alle aus diesem Wald raus. Das ist voll dumm. Warum gehen die immer alle durch diesen Wald? Da kann man einen doch voll gut sehen. Wo genau kommen sie denn her? Kennst du diesen kleinen Wald am Industriehangar? Vor den Zelten? Ja. Ja, da kommen immer voll viele Leute her. Ich finde irgendwie, das ist voll die scheiße Idee, weil man sieht doch Leute im Wald voll gut. Ich hatte vorhin einen Kashtan-Scope, aber das war ruiniert. Das wird dann nicht aufgehoben. Hätte ich das mal gemacht vielleicht. Ah, der zielt hier rein. Ich weiß jetzt nicht, ob der mich gesehen hat. Nee, der hat mich nicht gesehen. Alles klar. Der läuft jetzt gleich bestimmt auch zu den Zelten, aber ich weiß nicht, ob ich mit dem jetzt reden kann, weil der ist super gut, der Typ. Das muss ich mir jetzt noch beeilen, dass ich gutes Loot bekomme. Das schaust du doch in der Zeit 100% gar nicht. Ich hoffe nicht. Oh nein, ich kriege Zombie-Agro. Oh fuck, nein, ich habe Zombie-Agro bekommen. Nein. Oh, ich habe Zombie-Agro durch eine scheiß Wand bekommen, obwohl ich hier nur in dem Bunker drin hock. Fuck. Der Zombie hat mich jetzt total verraten, das scheiß Drecks für jemanden. Der wusste halt nicht, dass ich hier bin, aber durch den Zombie... Zombie, weißt du jetzt, dass ich hier bin? Oh, Scheiß. Ist der schon so nah? Nein, aber der ist immer noch im Wald, aber... Okay. Jetzt hat er mich halt gehört, ne? Weißt du, ich hocke ja nur im Bunker drin und kriege Zombie-Agro von draußen. Aha. Bist du in der Pillbox? Pillbox? Im Sandbunker, da. Wenn der... Dieser Viereckige? Ja, der am Ende des... Okay. Effels. Egal, wie rum ich so gehe und gucke. Okay. Der hat mich auf jeden Fall gesehen, aber der blutet und ist down. Hast du ihn erschossen? Ne, ne, der ist down gegangen. Ich glaube, so Beine gebrochen mäßig. Okay. Ah, fuck. Oh, diese scheiß Zombies. Ich lasse sie. Wie der mich verraten hat. Aber der hat, äh, Aggro. Also. Ja, der hat ganz schön Aggro da. Und der liegt immer noch am Boden? Der hat sich zur Seite gerollt. Ich sehe den halt leider gerade nicht. Wobei ich glaube, dass der tot ist, weil der ganze Aggro kommt gerade zu mir. Okay. Oh, fuck, habe ich hier viel Zombie-Agro. Meinst du? Ah, doch, hier ist der. Okay, hab ihn hier. Down. Und was hat er? Muss ich gleich übergucken. Boah, ich kriege hier nur Zombie-Agro, Mann. So scheiße. Oder warum sind so viele Zombies da? Der hat eine Winchester. Werde gerade richtig verprügelt von den Zombies. Holy fuck. Was ja eigentlich geil ist, aber ich töte gerade das gesamte Airfield. Put away your weapon, please. Oh, wie der mich abballern wollte, alter. Diese kack-Zombies. Mein Gott, ey. Der Typ. Hat eine SVD. Nicht eine Fan. Oh. POSO-Scope. Bist du so ein SVD-Fan? Nee, eigentlich gar nicht mal so. Ich kenne keinen, der die Waffe mag. Die ist halt eigentlich gut und stark, ne? Ich mag generell so Sniper nicht. Ich hätte halt nochmal draufballern können, schon vorher. Ich dachte dann aber, lässt er den mal am Leben. Oh, dann hat der direkt auf mich geballert. Oh, warte. Da sind noch mehr Leute. Fuck my life, Alter. Was geht denn ab bei dir? Was ist das denn? Was ist das denn jetzt? Das Serverdown? In dem Moment. Ich kann auf jeden Fall nichts aufheben. Okay. Hier läuft gerade einer mit einer Mosi noch rum. Gerade als ich auf den schießt, geht der Server down. Oh mein Gott. Jetzt aber mal gucken, ob der wirklich down ist oder ob das ein Lack ist. Aber ich schätze mal, dass der down ist, ne? Ja. Ja, down. Okay. Wow, was ein Zeitpunkt. Oh, die steht. Ich habe ein Auto gehört. Hier kommt ein Auto hoch. Die Hauptstraße von Vibor aus. Dann war es doch kein Donner. Ich glaube doch, dass du das nicht geil hast. Okay, der ist zu schnell für mich. Kannst du den rausballern? Der kommt vor dir gleich. Der fällt jetzt durch die Stadt. Der ist jetzt in der Stadt drin. Warte, warte, warte. Oh, komm, 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 komm. Komm, fahr hier lang. Nee, fährt vorbei. Fuck. Scheiß. Hast du ihn auch nicht bekommen? Nee, nee. Keine Chance. Der ist rumgeleckt. Sollen wir ihm hinterher? Ich glaube nicht, dass der demnächst anhält noch. Mal leise. Nee, hält nicht an. Nee. Fuck. Ja, habe ich mir auch nicht gedacht. Nein, wir waren so in der Nebenstraße hier. Scheiße. Und ich war zu weit weg von der Straße, sonst hätte ich es versuchen können. Ja, ich auch. Bis ich dann an der Straße war. Ich habe gehofft, dass er einen liegt. Du wirst es kaum glauben, aber ich habe schon jemanden gekillt und jemand anderen angefragt. Mhm. Nein, glaubt ihr keiner. Die waren beide vor dem AFK. Mit 60 Schuss hat er einen angefragt und einen gekillt. Das ist übrigens das Schlimmste. Oh. Siehst du? Blaze. Blaze. Was, Blaze? In deinem Baum, oder was? Nee, der Blaze hat geschossen von der anderen Seite irgendwo. Was? Mhm. Hast du dich gehört? Nö. Aber nicht auf uns. Nicht auf uns. Ich lenk mal so ein bisschen ab von dir, aber ich bin ziemlich nah an dein Ding ins Klick gegangen. Ich laufe einfach mal ein bisschen hier an der Baumreihe entlang. Macht der da aber auch nicht auf... Oh, warte, 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 warte. Ich sehe... Oh, fuck. Was ist? Der ist ganz im Norden an dem Waldstück. Warte, dann können wir ihn wunderbar flankieren. Weißt du, ob er in unsere Richtung schaut? Mhm, der schaut in unsere Richtung. Aber ich weiß nicht, ob der ins Feld schaut oder zu mir. Okay. Problem ist, ich kann mich mit einer Blaze nicht anlegen mit der M4. Das sind halt schon 400 Meter oder so. Okay, okay, okay. Hör zu. Ich bin jetzt wieder ziemlich weit oben im Wald, damit er mich nicht sieht. Der schießt, aber wieder nicht auf uns. Ich sehe dich, du bist vor mir rein. Ich versuche mal drauf zu schießen, aber ich glaube, das ist ziemlich weit weg. Willst du wirklich jetzt schon drauf schießen? Du könntest nämlich auch warten, bis ich in der Nähe bin. Warte, der zielt nicht auf mich. Der zielt. Ja, ich warte. Wenn du nämlich auf ihn schießt, wenn ich in der Nähe bin, dann kannst du ihn vielleicht aufschrecken. Und dann habe ich ihn. Dann habe ich schon eine Blaze für Matze. Warte, ich will keine Blaze. Der muss auf jeden Fall eine Blaze mit Scope haben, weil der auf ziemlich weiter Entfernung schießt. Ja, kannst du irgendwie so einen kleinen... Warte, ich sehe was vor mir. Shit. Warte ganz kurz. Äh, Albi von Oveggard. Warte, jetzt freuen wir über den Wald. Achso. Wartet mal. Ich mache Aufnahme an. Ist down. Nice. Boah, mein Gott, wie oft muss ich den denn treffen, ey? Ich habe zwar auch... Ich bin noch nicht down. Ich habe auch... Ne, doch, der ist schon down. Ich musste den viermal treffen oder so. Ich habe halt auch ein paar Mal daneben geschossen, muss ich sagen, aber... Okay, der ist down. Der Rumpel war von dem Blaze-Typen. Siehst du den Blaze-Typ noch? Der ist immer noch da. Hörst du den nicht schießen die ganze Zeit? Die ist immer noch? Ja, ich höre den die ganze Zeit schießen. Heck. Heck. Der Sound-Hack. Das ist ein Schuss, den du über Kilometer weiter hast. Hörst du den nicht? Der schießt die ganze Zeit. Ich wollte schon sagen, ey. Ist der dumm oder so? Okay, der zählt nicht auf mich. Ich lege mich mal hin. Ich habe meinen Beiport draußen. Ich bin jetzt schon über der Straße. Okay. Im Wald. Kannst du mir sagen, wie weit er von der Straße ungefähr weg ist? Oh, das ist noch ein gutes Stück rein. Da ist so eine... Ist er tief im Wald? Nein, ganz am Rand. Am Rand an so einem kleinen braunen Busch. Kleiner brauner Busch. Ich sehe einen kleinen braunen Busch. Ich muss halt leider... Ich weiß halt... Ich muss halt darauf achten, dass da... ... nicht noch einer hinter mir herkommt, weil... Ich leider nicht... Siehst du mich im Wald laufen? Nein. Warte mal, ich gehe mal an... Warte, der rennt weiter rein. Okay, vielleicht hat er mich gesehen oder so. Nee, das kann nicht sein. Nee, ich glaube nicht. Ich schiebe mir seither. Muss ich mich bringen lassen. Okay. Siehst du ihn noch? Ja, der ist immer noch ungefähr an der selben Stelle. Achte darauf, wenn der schießt. Der schießt ja ziemlich oft. Der scheint schießwürdig zu sein. Ich kann mich nicht so wirklich mit dem anlegen. Ich sehe ihn. Hat der einen weißen Helm oder so? Ja, der sah von hier so relativ weiß-beige-Eierfarben-Schalen aus. Er ist aber in dem Baum. Okay, okay, okay. Er schießt auf dich. Er schießt auf dich. Er ist fast bei ihm. Er hat relativ knapp sogar getroffen fast. Ich gehe hinterm Baum. Und du rettest mich, mein Held. Der müsste sich... Ich habe seine Position irgendwo verlagert. Kann das sein? Das kann sein. Aber der ist irgendwo am Rand. Sonst kann er ja nicht auf mich schießen. Wo ist er hin? Kannst du ihn irgendwie weiterhin ein bisschen baiten? Nein, ich stehe. Du siehst ihn? Ja, er läuft jetzt rein. Okay, warte. Ich laufe hier rum. Vielleicht versucht er nochmal, mich zu schießen. Nein, nein. Er läuft in den Wald rein. In meine Richtung? Nein. Oder zur anderen Seite runter. Das andere. Ach, scheiße. Ich habe ihn einmal gehettet. Nice. Ich gucke mal, ob ich irgendwas sehe. Ich sehe den halt leider auch im Moment gar nicht. Er ist unconscious. Schön. Schön, schön, schön. Ich komme zu dir. Ich habe deine Schüsse zieht. 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 Oh, mein Schüsse. Oh, mein Schüsse. Oh, mein Schüsse. Smack Talk. Musst du sein. Einmal. Ja, ne? Einmal kannst du das auch machen. Richtig. So ein Fetisch für Tripwears ist mir aufgefallen in den Videos. Ey, ich habe bisher schon sechsmal welche gebaut und es ist nie jemand anders da reingelaufen. Nur einmal ich und fünfmal keiner. Gestern bin ich in eine Landmine, wie gesagt. Hier habe ich gesehen. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Aber Albi ist hier neulich. Gestern ist er eingelaufen in eine Landmine. Da habe ich schon gefragt, ob ich das war. Oh, da ist einer. Wo? Oben auf dem Berg. Andere Seite. Also die Ostseite. Ostseite. Ne. Ne, Westseite. Hat er uns gesehen? Also nicht Mischkino, sondern oben der Berg. Läuft der runter? Hat mich gesehen. Hat mich gesehen. Dann laufe ich hinten runter. Westseite. Westseite ist der halt oben, ne? Irgendwo. Was? Westseite? Ja, also nicht Mischkino, sondern Map in der Berg. Oh Gott, da wollte ich gerade hinlaufen. Der ist relativ weit oben auf dem Berg. Und er hat dich gesehen. Mhm, der hat auf mich gezielt. 100 pro. Hätte der noch nicht auf mich gezielt, hätte ich ja versucht, den zu holen. Aber der hatte den Vorteil, weil er mich eher gesehen hat. Der viel Nacken sprayt halt alles weg. Nein! Was? Was? Da liegt ne scheiß Landmine am Boden. Schreit er. Guck mal, ob du die mitnehmen kannst. Als ob ich das entlaufen habe. Wenn du langsam drauf... Nein! Ich bin schon auf den drauf gelaufen, glaube ich. Ich bin... Trotzdem, ich will nie wieder irgendwas mit Landmines zu tun haben. Wenn du sie willst, dann komm hierher und hol sie dir. Ja. Oh Gott! Ich hab schon vier Stück entschärft. Es ist nie was passiert. Ich dachte, er hat schon einen Headshot bekommen, so wie er gebrüllt hat. Ja, ich dachte auch. So, oh, hab ich jetzt jemanden nicht gesehen? Nein. Plötzlich voll das Flashback. Oh, das wäre so lustig, wenn ich jetzt nur noch so eine Explosion gehört hätte. Ich fände das eigentlich nicht so lustig, muss ich sagen. Hinter euch Richtung Osten. Im Wald ist er Richtung Osten. Ja, ein Spieler Richtung Osten. Innerhalb der Mauer? Ja, innerhalb. Er wendt auf euch zu. Er ist nicht mehr weit. Er wendt direkt auf euch zu. Durch den Wald. Ist du schon beim blauen Tor? Also hinter der Kommandozent kommt er raus? Äh, nee, weiter zu euch. Also etwas... Aber ja, da hinter den Tor... Wir fahren ein bisschen zurück. Ja, ja, wir fahren bis zum Kamo und jetzt zurück erstmal. Alles lustig. Ich würde ich sagen. Ich gehe zum Container. Du gehst zu dem... Ja, ich sehe ihn im Baum. Hat er uns gesehen? Äh, könnte sein. Ich sehe ihn gar nicht. Ich weiß gar nicht, wo du ihn siehst. Ist eine Tanne da? Jetzt sehe ich ihn auch nicht, aber er ist in der Tanne. Ich weiß, wo er sitzt. Okay, jetzt sag nochmal ganz ruhig, wo. In dem Wald. An der Straße Osten. Zwei Leute. Jetzt habe ich gezählt. Zwei Leute rennen. Einer roter Wuchs hat. Ich renne mit rein. Wow, wir schießen. SVD. SVD. Warst du das? Ja, ne? Ich komme von außen zu euch. Von außerhalb der Mauer. Pass auf. Ja, ja. Äh, außerhalb der Mauer nördlich Höhe des Karunitzes ist einer. Alles gut. Roter Helm oder roter Wuchs. Irgendwie habe ich nicht getroffen. Also ich glaube nicht, dass es 600 an. Hast du gesehen, wo die eingeschlecken sind? Nach hinten raus ist 700. Was? Nach hinten raus ist 700. Äh, ja, ich habe extra deswegen drüber geschossen. Hattest du mich getroffen. Wenger, wo bist du gerade? Ich bin jetzt außerhalb der Mauer. Nördlich gleich. Du, wenn es überfällt, ne? Ja. Also auf nördlich ist halt, äh, außerhalb der Mauer irgendwo einer mit rotem Rucksack. Okay, ich gucke mal, ob ich den, äh, in braunen Häuschen habe ich zuletzt gesehen. Ja, der war hier die ganze Zeit wohl schon in der Zeltplace. Der war irgendwie 20 Meter neben mir. Was? Der war noch einer. Der wurde von den Zweien beschossen da. Aha. Ich kann von ganz weit außen rumlaufen. Ja, genau. Das dauert aber halt jetzt ein paar Minuten, ne? Macht nichts. Achso, sie ist aber safe. Wobei, ich laufe ein bisschen über das Feld, dann. Das Ding ist, die haben sich ein bisschen zerstreut. Ich weiß nicht, wo der andere ist. Das war ein bisschen unkoordiniert. Ich weiß auch nicht, ob sie sogar zusammen waren. Also ich habe, glaube ich, zwei oder sogar drei Leute gesehen. Die so in den Büschen da rum am Anten geschossen haben. Wie gesagt, einer war hier mit einer SVD oder einer Pfahl, weiß ich nicht. Ja. Das war das Gleiche. Klang so auf jeden Fall. Auf den Eindruck geballert, damit er nicht auf mich schießt. Also außerhalb nördlich hinter der Mauer ist keiner, da sehe ich nichts. Okay. Vielleicht ist es auch unconscious oder tot im Befall. Oh, hier liegen Protector Cases rum, aber ich loote jetzt mal nicht mitten hier auf dem Feld. Ich gucke jetzt von hinten im Wald, quasi nördlich mal von außen rein. Also wenn die nördlich hier reinlaufen würden, dann könnte ich die voll gut wegholen. Voll ruhig jetzt auf einmal wieder. Mhm. Die warten und wir warten. Okay, dann sollen die warten. Das sind ja drei Fraktionen, die haben sich ja gegenseitig beschossen. Mhm. So ist es zumindest aus. Ja, ich habe den einen looten sehen, deswegen werden sie sich beschossen haben. Matze, wenn sie auf jeden Fall nicht gehört haben. Ich war mir nicht sicher, ob er auf dich schießt. Deswegen habe ich auf den einen einfach schnell geballert. Ja, ja, ist richtig. Kann es sein, dass der Atemdampf viel mehr ist? Ah, ich sehe einen. Wo? Oh, Venkat, ich glaube links von dir ist einer. Bist du an den Steinen da gerade? Ja. Ja, links von dir ist einer. Also hinter dir im Wald habe ich Bewegung gesehen. Hinter mir im Wald? Ja, ja. Siehst du mich noch? Ja, ja. Ja, ich sehe einen. Scheiße, ist wirklich einer. Fuck. Wo ist er? Genau wo ich hingucke, die Tanne dahinter. Da war der noch hinter. Ja, genau, da habe ich ihn auch gesehen. Da habe ich einen kurz langwischen gesehen. Grüner Rucksack, soweit ich weiß. Okay. Er guckt auf dich, er guckt auf dich. Ich sehe nichts. Ich sehe gar nichts. Ich habe geschossen. Hast du ihn gesehen? Getroffen? Ja, ja. Der war auf der anderen Seite vom Stein, aber noch bestimmt 20, 30 Meter in dem Wald. Ich sehe ihn weiter wegrennen. Ja, ja. Der hat so eine Payday-Maske. Kann sein. Ich habe ihn zweimal geähtet mit der M4. Nein, 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 nein. Es ist noch ein anderer. Noch einer? So halb links von dir. Der kann dir aber gerade nichts antun. Okay. Wo ist das, Dini? Wo ist das? Ich lasse mich weiter hin zurückfallen. Dini, Zombie kommt hinter dir. Boah, der flog so nah an mir vorbei. Holy fuck. Ich sehe Albi. Schüsste, wer schießt? Ich, ich, ich. Ich sehe ihn. Der hat eine M4 oder irgendwas schallgedämpft. Was ist, Matze? Ich sehe dich da. Wo du hingeguckt hast, ist die. Wo genau? Da jetzt? Am Tarnetz. Kannst du noch mal einen Schuss ablenken? Vielleicht kann ich den nach uns. Darf ich hingehen, Matze? Äh, ich sehe ihn gerade. Doch, ich sehe ihn wieder. Den links von dir so ein bisschen. Aber nur so ein bisschen. Also ist ein Autobag vor dir. Hinter dem Autobag ist so ein Tarnetz. Da ist Dini. Ich sehe jemanden Laufmatte. Bist du das, Philipp? Ich schieße dich. Alter, sag mal so. Wo ist der Typ, Dini? Zeig mal. Guck mal da, wo ich hinguck. Da siehst du die Schüssel. Hinten am Fels. Die flankieren mich. Ich brauche gleich Deckung. Wir müssen hin, Dini. Ich gebe Deckungsfeuer. Ich habe beide getroffen. Mindestens zweimal beide schon. Einer ist ganz hinten weg. Siehst du, wo ich hinguck, Dini? Ja, kann ich gerade aber nicht einsehen. Warte, ich gehe zum Haufen. Ja, nee, nee. Du siehst das nicht. Aber der ist auf der ganz anderen Seite. Ich habe so viel Schuss. Wir müssen über das offene Feld. Das ist schlecht. Ich habe nicht so viel Schuss zum Beispiel. Enten am Stein siehst du doch Vengard. Ich sehe den Typen. Stein. An welchen? Ja, der hat eigentlich den großen Weinen. Ah, ja. Ich kann den nicht treffen, weil der Stein verbuggt ist. Die Hitbox vom Stein ist ein bisschen verbuggt. Ich kann ihn gerade nicht treffen. Ich komme jetzt hinter dir, weil es offene Feld fällt, Vengard. Okay, pass auf. Links von mir ist der andere, der will mich flankieren. Warte, Dini, dann gehen wir nach links. Durch die ganzen Büsche immer. Ich kann den Typen nicht treffen, weil die Hitbox verbuggt ist von dem Stein. Dann geh du links, ich geh zu Vengard. Dann hat er da noch den Kopf zurecht. Ich sehe da hinten einen. Ja, ja, der zieht auf Vengard. Warte. Ganz weit weg von euch. Ich bin nur aus dem Auge, der ist in der Antanne. Aber wenn ich nochmal habe, schieße ich ja. Der Typ ist weg, der auf mich geschossen hat. Weil ich ziehe mich nochmal zurück eben. Ja, ich bin direkt hinter dir, ne? Ich glaube, der hat sich auch zurückgezogen. Also ist in deine Richtung gezielt, Vengard. Ja. Da waren plötzlich zwei Leute. Ich habe aber beide erwischt, mindestens ein oder zwei Mal. Ah, da sehe ich ihn wieder. Er wendt weg, er wendt zurück. Ich bin jetzt wieder hochgelaufen. Eins, einer ist weg, Vengard. Direkt hinter dir. Wir wenden Richtung Norden. Warte, ich muss noch verzwatschen. Warte, komm, setz dich hin, setz dich hin, so, setz dich hin. Ah, da ist die nicht da. Vor mir, vor die mir direkt. Läuft vor den Klang. Ich sehe dich nicht. Ne, ist das einer von euch? Hat einer eine rote Facemask von euch? Nein, nein, nein. Wir haben gleich noch nicht geändert. Wieder ein Hit. Zwei Hits habe ich dem gegeben. Der ist, glaube ich, down. Oder, ich weiß nicht, ob der unwichtig ist. Ich habe leider nicht genau gesehen, wo er war. Ich bin jetzt hinter euch. Ich glaube, der ist da. Ja, der ist tot. Der ist tot. Der andere Rennstichtung Norden. Der haut ab. Ich gehe aber noch einmal hin, um wirklich zu... Ja, der ist tot. Ich beobere ihn gerne. Jetzt. Wo ist er? Äh, hier. Siehst du mich? Ja. Hinter uns sind noch schräg. Hier, direkt vor mir irgendwo. Wo war denn der jetzt? Hä, bin ich jetzt doof oder was? Hier! Okay, okay. Ich habe wieder gefunden, den Typen. Oh, der war ja ganz schön gut ausgerüstet. Pass auf, hier war noch einer mit einer Payday-Maske. Mit der rosanen Clowns-Payday-Maske. Der, den ich beobachte, hat keine Maske. Das ist ein Dritter. Oh, ich schütze auf euch. Boah, fuck, die, der ging direkt vor dir in den Bahn. Die Bäume hier rein. Ja, ich weiß, wer das ist. Warte, ich sehe ihn. Richtung, Matze. Richtung Nord. Schwär zu sagen. Richtung, warte. Waldrand. Mit dem Wald klang das, oder? Aber es ist nicht Richtung Norden, auch direkt. Es ist mehr Westen. Richtung Westen. Also oben an der Ecke, oder wie? Da ist keine Ecke, er ist mitten im Wald. Ich sehe gerade leider gar nichts. Er bewegt sich, er bewegt sich. Aber ich sehe ihn gerade nicht hinter den Bäumen. Falls ich schießen kann, schieße ich. Er bewegt sich immer so. Muss ich direkt vor uns sein, muss ich eine Linie, oder? Ja, irgendwo da ist er im Wald, muss er sein. Richtung Westen, nicht Richtung Norden, Richtung Westen. Aber eigentlich, wenn man von unserer Position in Richtung Creek geht, oder? Ja, in die Richtung, wo wir gucken. Ja, lass hingehen, lass, dann holen wir uns. Ich sehe ihn gerade nicht. Ah, Wengert, wo bist du gerade? Ich bin in den Berg ein bisschen weiter hochgelaufen, Richtung Jail und gucke von hinten jetzt quasi drauf. Also nur in die Richtung, ich bin noch nicht am Jail. Siehst du uns, Matze? Ich sehe ihn wieder, er bewegt sich in eure Richtung ein bisschen, schleichend. Siehst du uns? Ich bin jetzt zum Beispiel am Waldrand. Ja, ich sehe dich. Guck mal, ich bin jetzt am Waldrand. Ich sehe jemanden von euch am Waldrand laufen. Das bin ich. Ich bin auf dem Feld schon, Matze. Ja, ich sehe dich. Ich muss ihn beobachten. Warte, er drückt sich, er bewegt sich in eure Richtung, die ganze Zeit. Guck mal, ich bin jetzt am, ich bin mitten auf dem Feld. Wartet, wartet, ich höre suppressede Schüsse von hier hinten irgendwo, in meiner Nähe. Irgendwas wurde getroffen, ich glaube, er hat jemanden gekillt. Ich sehe ganz hinten, ja, warte, warte, ich sehe jemanden. Der ist so grün und läuft ganz weit hinterlegt. Warte, denk doch mal bitte, wo ich hier bin. Im Norden. Ich suche dich, ich sehe dich nicht. Ich bin hier mitten auf dem Feld. Aber da verliere ich ihn, wenn ich zu sehr suche. Äh, ich meine, die Bäume verdecken das Feld. Ich sehe das Feld schlecht. Okay, Leute, kurze Info. Ein bisschen weiter nördlich im Wald rein. Habe ich gerade in Suppressed Waffe gehört und einen Spieler laufen sehen, der relativ grün war. Der hat einen gekillt, ich habe Blut gesehen. Okay. Der ist wieder abgehauen und zwar mehr Richtung Norden als Westen jetzt. Vanguard, ja? Also sprich, wo... Der ist in den Norden hoch. Im Jail, bis zum Westen gehst, der da. Ich sehe ihn nicht mehr, deswegen. Ich guck mal, ob ich den irgendwann wieder sehe. Aber mich müsstest du eigentlich sehen? Guck mal wieder. Also viel weiter in den Wald jetzt hoch rein, ne? War der. Matze. Ja, was ich. Da bin ich dann. Sollen wir uns oben am Jail einmal treffen oder so? Ja, das oben am Jail treffen. Das war hier Albi, den ich gesehen habe, den ich falsch habe. Ich konnte es nicht gut dienen. Ja. Ja. Ja, das ist scheiße. Hier hießen die Bäume immer, die verdeckten immer. Aber ich sehe euch nur noch kurzzeitig, wenn ihr vorbei werdet. Wir müssten mal wieder unsere Code-Wörter erlernen. Ich habe gerade auch noch so ein... Wow, ich habe geschaffen! Schütze! Ich höre es, ich höre es, ich höre es. Ich höre den auch. Ich gehe drauf zurück. Du bist die AK, ne? Ja, aber er auch. Ich bin tot. Bist du die Schallgedämpfte oder die... Er ist tot. Ich bin tot. Wer ist die Schallgedämpfte? Der Typ. Das ist er. Er war zwei Meter neben mir. Fuck, ich sehe nicht, wo der ist. Ich sehe, wo er ist. Moment. Da, wo diese offene Fläche ist mit den kleineren Bäumen. Richtung offene Fläche groß. Ich habe gehört, wo die Schüsse sind, aber ich sehe da nichts. Ich sehe ihn nicht. Er ist hinter den Bäumen. Philipp, du hast gesagt, du siehst den, ne? Ja, aber er ist jetzt... Keine Ahnung, ich glaube, er ist direkt weggelaufen. Ich sehe Dinis Körper. Er war direkt vor mir in den Tannen da. Ja, genau, ich habe ihn gesehen in der Tanne. Ich sehe ihn wieder rein. Aber er ist weit im Nordwesten. Er schleicht die wieder ran. Ja, schleicht die wieder in euer Richtung. Boah, sind hier viele Bäume. Man sieht hier First Person so wenig. Ich bin weiter Richtung Jail so. Ich gucke von oben gerade drauf zu. Ich war eigentlich in der Nähe von denen, weil ich habe die AK gehört. Relativ nah. Was ist mit meiner Munition? Warum kann ich nicht schießen? Bleib Waffe kaputt. Bleib nochmal nach. Ich hätte ihn jetzt kriegen können. Manchmal musst du zwei, drei Mal drücken, habe ich ja gesagt. Das hatte ich letztens bei meiner Blaze auch. Habe ich auch, gerade fünf Mal gedrückt. Okay. Zustand der Waffe? Da ist er. Ich sehe ihn. Schleicht die wieder ran, der eine Typ zu euch. Am Waldrand ist er fast. Am Waldrand? So weit schon. Am Waldrand. Und wo wäre er ungefähr, wenn du nach Zelten gehen willst? Richtung Westen. Oh, ich sehe Dinis Körper jetzt. Ja, ich sehe ihn auch. Ja, Nordwesten ist er genau. Immer noch an der Baumrand, an der Grenze da. Waldrand, ja. Okay. Fast am Waldrand ist er. Am Waldrand Richtung Zelte? Ach. Nordwest, Mann. Mehr kann ich dir nicht sagen. Was heißt Richtung Zelte? Er bewegt sich Richtung Zelte, Richtung Osten, genau. Okay. Wir warten einfach, bis der kommt. Vielleicht will er gleich den Dini nehmen. Du brauchst einen Kompass, Mann. Ich hab einen Kompass, aber den kann man... Ich muss noch einiges machen. Jo, ciao. Ich hab einen Kompass, aber den kann man nicht des Quick-Dingens ziehen. Oder weißt du jemanden? Ich sehe mich, er sieht der Bäume. Er bewegt sich nicht, er wartet auf euch. Wir warten auch. Wo hast du ihn zuletzt gesehen, Matze? Warte, warte, warte. Ich sehe wieder jemanden vor mir herlaufen, aber ganz weit weg noch. Das ist, glaube ich, wieder der Grüne, den ich gesehen habe. Der hat eine Fell oder so gehabt, glaube ich. Irgendwas mit... Ich glaube, da war so ein Ghillie-Rack drauf. Auf deiner Waffe. Er ist an so einem großen Stein, mitten im Wald. Echt? Am Waldrand? Ja, relativ. Am Waldrand, da wo... Das könnte der sein, bloß den sehe ich gerade nicht. Ich glaube, ich weiß, wo du meinst. Zumindest weiß ich, wo dieser fette Stein ist, mitten im Wald. Mhm. Da ist der. Ich laufe da gerade hin. Okay. Boah, ich sehe den Stein jetzt nicht mehr. In dieser Kackwölbung. Ich bin hinter dem Stein jetzt quasi. Gucken, ob ich den sehe. Weißt du den Typ? Im Nordwesten. Schüsse, Schüsse. Auf mich. Bin tot. Fuck my life. Nein. Ich höre immer die Schüsse, aber ich sehe die Leute nie. Ja, der ist schallgedämpft. Ja, ich... Ich sehe ihn. Nee, ich höre ihn ja. Er bewegt sich. Der Typ, den habe ich wieder gesehen da. Oh, Mann. Jetzt flippt er euch aber auch weg, so. Warte, ich sehe ihn. Ja. Das ist wieder der Grüne. Ich wicke mich jetzt tiefer im Wald ein bisschen, aber ich bin im Osten wiederum. Warte kurz. Der geht. Ma, der ist die ganze Zeit hinter einem Baum. Das gibt es aber gar nicht. Fuck, ich habe daneben geschossen. Ich kann ihn gar nicht sehen. Der ist die ganze Zeit hinter einem Baum, sodass ich den halt quasi kaum sehe. Mann, ist das nervig, dass ich ein Baum Schussfeld hier habe. Ich habe ihn gehittet. Ich habe ihn zweimal gehittet. Ja, ich habe es gesehen. Der liegt. Der ist down. Der ist down. Ich habe ihn jetzt... Nice. Der ist tot. Ich schieße mal noch einmal drauf. Okay, er ist auf jeden Fall tot. Das ist aber der Grüne. Irgendwo ist hier noch ein AK, Mann. Hä, der Grüne muss ja die AK haben. Sicher? Der hatte was Schallgedämpfte. Ja, genau. Obwohl, stimmt. Der Dini wurde ja vom Schallgedämpften gekillt, ne? Ja. Aber was ist mit der Payday-Maske, den ich zweimal erwischt habe? Ganz am Anfang noch. Ich glaube, der ist noch nicht down. Ich habe einen mit einer roten Face-Maske geschossen und jetzt hier den grünen. Ich sporte weiter in den Wald. Vielleicht ist er auch abgehauen, weil ich habe ihn, wie gesagt, zweimal mit dem Vier erwischt. Der kann nicht mehr viel haben. Der ist bestimmt abgehauen. Schüsse? Ich weiß aber nicht, von wo. Nicht auf mich. Ich habe es nicht vergesehen. Irgendwas vollautomatisches. Aber es war nicht auf mich. Ich glaube, ich sehe da eine Leiche. Es war in meiner Nähe. Also ich habe das Mündungsfeuer gehört. Eine Leiche müsste in einem Baum sein. Ja. In meiner Nähe, aber nicht auf mich. Das ist so geil hier in First Person, weil man so wenig sieht durch die Bäume. Das ist voll spannend, Mann. Ich verstehe auch nicht, wie man was alles zocken kann. Anstatt, dass man jetzt so einfach hinter den Bäumen liegt, weißt du, und Third Person rausguckt, muss man so richtig durch. Das ist voll geil. Ich glaube, das kam höher vom Berg wieder, so Richtung Jail oder so. Aber ich weiß es nicht. Hier sind halt so, so viele Bäume. Ja, ich weiß, bis dahin kannst du nicht reingucken. Da sind viel zu viele Bäume auf dem Weg. Hier ist noch ein Helm. Ein grüner Helm, wenn du den willst. So ein Asia-Walk-Helm. Wenn du mich nicht erschießt. Nee, nee. Du kannst ja, wenn du willst, hier die blaue Balaklava aufsetzen. Und dann ist immerhin nicht so auffällig wie dein weißer Helm, aber ich erkenne dich trotzdem. Oh, ist hier viel Loot, wenn da jemand fehlt. Oh, MP5, voll ausgerüstet. Wo, in dem Bunker? Bunker 74. Da drin? Scheiß. Ja, drin, in diesem Zelt links. Holy. Jetzt ist hier nur eine Mine drin. Ich nehme mir mal eine Packung Reis mit, wenn das okay für dich ist. Die ist schon weg. Nimm dir Reis. Kann ich irgendwie gar nicht nehmen. Ich weiß nicht, warum. Warte, ich schmeiß nochmal hin. Ist egal, ist egal, ist egal. Ich bin jetzt nicht wegen Reis. Guck mal, was ist denn hier? Ach, Suppressor. Suppressor, NATO, NATO, NATO. Acker 64, sogar mit Atlas. Ja, wer schmeißt hier sowas ein? Irgendwer, der wahrscheinlich extrem krass equipped ist, Mann. Bei dem Giova Tier rumliegt und was der nicht brauchte, würde ich mal einfach behaupten, dass der Typ alles hat. Weiß nicht, meine Laune sinkt gerade. Das ist hier sogar, ne? Also, es war von irgendeinem Squad. Hm, irgendein Squad. Vielleicht die Leute, die wir ganz am Anfang außerhalb der Mauer gesehen haben. Ich gehe mal außerhalb, links von dir. Ist da so ein LKW-Wrack. Eigentlich müssen wir nicht mehr looten. Ich habe alles. Ja, wir müssen auch nicht mehr looten. Nimm mir mal was mit, Matze. Also kommst du doch. Wenn ich ehrlich bin, bin ich hier auch nicht, um zu looten. Oh! Schuss auf mich, mega heftig knapp. Und ich dachte, mich sieht da keiner. Holy. Ich weiß nicht. Er ist doch hier rum? Ja, ich renne jetzt ins... Ich weiß nicht von wo. Ich glaube, von da. Vom Zelt. Aber ich bin mir vom Wald. Aber ich bin mir nicht sicher. Das war unverschämt knapp, Mann. Ich dachte so, okay, mich sieht da keiner. Ich gehe wieder hinter den, in das LKW-Wrack. Auf einmal... Okay, wohin hauen wir ab? Oder wohin gehen wir? Ähm... Hier außerhalb, nördlich, hinter die Bauer. Und dann wieder da hoch, wo wir am Anfang beide waren. Wo du bist neimperterst, ganz am Anfang. Okay. Das war nicht von da. Der hat nicht von da geschossen. Der hat von der anderen Seite geschossen. Also du bist im Westen. Im Osten. Ja, ich glaube jetzt westlich, Rona. Der hat aus Osten geschossen. Bin ich mir relativ sicher. Relativ sicher. Okay, sollen wir wieder ganz weit flankieren, hier rum? Ja. Und dann einfach nochmal gucken, ob wir den oben sehen. Ich habe eine schwarze Weste für dich mit, Albi. Der ist dämmt so mess. Ich war übrigens gerade hinter dir ziemlich nah. Jetzt bin ich wieder neben dir. Ich suche gerade die Bäume, aber in der Ecke hier hängt man auch drauf. Hm, hier habe ich den vermutet. Von hier hätte ich gedacht, hätte er auf mich geschossen irgendwo. Aber ich sehe halt auch wieder gar nichts. Immer hauen die Leute ab. Was soll das? Können die nicht mal schießen und dann einfach stehen bleiben? Nee, hier ist nichts mehr. Schade, wäre es noch ein schöner Abschluss gewesen, hätte man jetzt noch so eingekehlt. Am besten den mit der Payday-Maske. Machst du das nur noch die ganze Winchester-Munition? Wow! Bist du das? Schießt du? Nein! Irgendwas hat sich bei dir Einstiege. Hier in der Tanne, direkt vor mir ist noch eine Tanne. Ich habe ihn, ich habe ihn, ich habe ihn, ich habe ihn. Oh, ich habe ihn. Ja, der ist tot, der ist downgegangen. Ja, ich sehe ihn. Oh Gott! Das war der Typ. Ja, ich blute, ich banagier mich einmal kurz. Ich renne. Die Schläge waren so nah bei dir. Ich wusste nicht zur Hölle, woher? Ich dachte, das wärst du und so. Dann musst du jetzt nochmal gucken. Ja, nein, als ich den dann im Baum gesehen habe, dachte ich so. Ah, shit. Ich habe meine Hose jetzt erschossen, der Arsch. Wir winken den neuen Menschen. Der Arsch. Der Arsch. Untertitelung des ZDF, 2020